Musik Hallo, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich habe mir gerade die Haare aufgemacht. Ich hatte die gewaschen und dann so zusammen gedudelt. Und irgendwie finde ich die Frisur gerade richtig schön. Das Problem ist nur, wenn die jetzt ein bisschen offen sind, dann wird das wieder weg sein. Stefan müsste jeden Moment kommen und ich bin mit meinem Outfit nicht zufrieden. Also irgendwie finde ich, passt das vorne und hinten nicht. Sieht irgendwie komisch aus mit diesem Ding. Ich glaube, ich muss mich nochmal umziehen. Und ich sehe, ich habe keinen Akku. Nicht gut. Von meinem Abendessen ist noch ein bisschen übrig. Was ist wahr, seht ihr dann auf meinem Beauty-Kanal. Und jetzt gibt es noch Nachspeise. Und es regnet. Keine weißen Weihnachten, sondern regnerische Weihnachten. Sind das echte Orchideen, Mama? Sind das echte Orchideen? Hallo. Hier? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Bei mir gehen alle ein. Die Leute sind schon gut kaputt worden. Müsst ihr es meine sehen? Ich weiß nicht. Oder eindeutig, zweideutig. Frau Mehl hilft da, oder? Hm. Ja. Wenn man sich der Länge noch hingelegt hat. Alles weh, da. Da muss ich auch nicht gerade so probieren, ne? Ah, nein. Da ist euch immer schlecht geworden bei der Musik. Bei welcher? Bei den CDs, dumme Auflieb. Weihnachts-CD. Was ist denn das für eine Engel, Mama? Hm, ein Schenkel. Ach, der Orchidee ist der Wahnsinn. Die hat drei verschiedene Farben, oder? Hm. Krass. Nicht? Nicht? Nicht, ja. Hm. Ja, so. Mein Haus erlauben, oder? Manche denken schon, ich habe mein Benschen wieder drin. Was kriegst du denn? Die Bäcker-Tüten. Der Wiener ist das Gepäck. Das weiß ich ja, habe ich gesagt. Das ist aber eine Grüne, eine 39er. Ich kann nicht einer reichen, eine 41er. Komm in den einer, schau her. Das ist eine kleine 40er. Das ist echt federleifzame. Das ist besser. Oh, wie süß, danke. Danke. Das Fahner-Tief brauche ich jetzt aber nicht auspacken. Ja, wie der Rücken. Wieso muss ich die jetzt an? Die haben jetzt auch gemacht, oder? Schönes Papier, gell? Schönes Papier. Ja. Aber kannst du draufklicken. Das möchte ich auch dann. Ja. Na ja, siehst du es? Fasst das sogar? Ja. Cool, weil eine andere Farbe außer schwarz. Wenn man so schwarz unten sehen, dann schaust du es gut an. Ach, du filmst dich. Ja. Also, die Licht an, fasst das? Ja, wir haben nicht mehr... Oh, der Akku blinkt, siehst du? Ich habe nicht mehr viel Akku. Also, wir sind gleich weg. Ja. 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 Oh, ist der schön. Ja. Oh ja. Ja, so Gummibuschen. Schön, 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 schön. Das mache ich nämlich auch nicht, wenn du dann... Wenn du dann... Ja, das machen wir ja nie Drogen oder was? Ja, deswegen stecke ich ja immer... Also, den Socken rein. Aber das sieht ja bescheuert aus. Ist das... Und wie so gluppig? Ja, aber so ist ja die Musik her. Ach, schön. Ich späte ihn. Ja, ich späte ihn. Ja, ich späte ihn. Ingen? Ja.